Hi guys, willkommen zu meinem Video. Ich bin die Petra, ich bin die Mama von Elena, meine eineinhalbjährige Tochter und ich bin schwanger mit Baby Nummer 2. Ich bin in der 21. Schwangerschaftswoche und ich teste für euch ein Bauchband von Carrywell, ein Schwangerschaftsbauchband. Dieses Bauchband verspricht Linderung bei leichter Rückenschmerzen, er stützt den Bauch und er verleiht Wärme. Der ist auch sehr diskret. Was ich toll finde, ist, dass er auch als Gürtel funktionieren kann. Ja, und wie das alles funktioniert? Das geht so, bei Gürtelfunktionen zum Beispiel tut man den Bauchband über den Bund vom Gürtel drüber spannen und somit hält die Hose an Ort und Stelle. Ansonsten trägt man den Bauchband ganz normal, wie man ein Bauchband halt zu tragen hat und man verdeckt ihn mit der Kleidung. Der ist auch super unsichtbar unter der Kleidung, sage ich mal, denn er ist einfach so kreiert, dass man ihn einfach kaum sieht. Was ich toll finde in dieser Woche, den ich ihn getestet habe, ist, dass er super wirklich auch Wärme verleiht. Er ist angenehm, er stützt ein wenig, nicht super, super duper stark, wie man sich es vielleicht vorstellen könnte, aber es ist einfach ein angenehmes Tragegefühl. Vor allem, wenn man ihn den ganzen Tag lang trägt, was ich fast jeden Tag tue mittlerweile. Was ich nicht so vorteilhaft finde, ist, dass er mir manchmal trotzdem rutscht. Zum Beispiel hinten am Rücken, da wird es ein bisschen kälter dann, wenn man merkt, der Bauchband ist ein bisschen hochgerollt oder gerutscht. Da muss man ihn einfach wieder ein bisschen runterzupfen. Das kann auch daran liegen, dass mein Bauch noch zu klein ist. Auf jeden Fall ist es ein Bauchband, mit dem ich sehr zufrieden bin. Ich würde den auch auf jeden Fall weiterempfehlen, muss ich ganz ehrlich sagen, denn es ist ein super angenehmes Gefühl und das verleiht nicht jedem, jeder Bauchband, jedes Bauchband. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß noch. Bye!